Die besten Grüße nach Datteln in die Einrichtung Lichtblicke, in der lebensbedrohlich erkrankte Kinder ein gutes Zuhause finden, vorübergehend mit ihrer Familie, in denen ihr Mut zugesprochen wird, Kraft gegeben wird, um die nächsten Wochen zu überstehen. Sie leisten hervorragende Arbeit im gesamten Team. Wir müssen hier in Berlin besser werden, damit wir ihre Arbeit gut unterstützen. Ein herzliches Glück auch!